Hallo und herzlich willkommen bei Autonotizen. Wir sind in Paris unterwegs auf der Messe Mondial de Loto, dem Pariser Autosalon. Hier feiert die Marke Whey das Premium-SUV-Label der chinesischen Great Wall Motors Group ihre Europa-Premiere. In diesem Video zeigen wir euch alle Details zum Whey Coffee Zero One, verraten die technischen Daten des Plug-in-Hybrids, werfen auch einen Blick auf den kleinen Bruder, den Coffee Zero Two und natürlich gibt es Informationen zu Preisen, Ausstattung und Vertrieb des Coffee Zero One. Viel Spaß bei diesem Video mit mir, dem Bernd und dem SUV von Whey. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Die Marke Whey steht für Smart Premium. Was bedeutet das? Es sind keine abgehobenen Luxusprodukte, sondern Autos mit der neuesten Technologie und einer umfangreichen Ausstattung in Sachen Komfort und Fahrassistenz. Der Whey Coffee Zero One macht den Anfang zum Vertriebsstart. Es wird zwei Ausstattungslinien geben, beide, ich sagte es eben, top ausgestattet und gegen Aufpreis gibt es sogar eine Laser-Fernlichtfunktion für die LED-Hauptscheinwerfer. Das zeigt also auch diesen hohen technischen Anspruch, den die Marke hat. Das Gesicht ist ausdrucksstark mit der großen Frontmaske und die Mitte dieser Maske wird dominiert vom vertikal orientierten Whey-Markenlogo. Das erste Modell, das bei uns auf die Straßen rollt, ist ein Plug-in-Hybrid-SUV im großen Format. 4,87 Meter ist der Whey Coffee Zero One lang und er hat es faustdick unter dem eleganten Blechkleid. Kommen wir doch mal zur Antriebstechnologie. Der Whey Coffee Zero One hat Allradantrieb, bestehend aus zwei Elektromotoren. Ein 2-Liter-Vierzylinder-Benziner übernimmt den Verbrennerpart unter der Haube. Der primäre Antriebsmotor steckt an der Hinterachse bis zu 135 kmh, ist auch ein rein elektrisches Fahren damit möglich. Und die Systemleistung des Plug-in-Hybriden liegt bei 350 kW oder 476 PS. Das ist genauso eine Ansage wie das maximale Drehmoment von 847 Newtonmetern bei vollem Leistungsabruf. In 5 Sekunden geht es damit von 0 auf 100 kmh und die Höchstgeschwindigkeit liegt bei ebenso beeindruckenden 235 kmh. Der eigentliche USP, der Verkaufsvorteil, das Argument des Coffee Zero One liegt aber im Fahrzeugboden versteckt in Form der 41,8 kWh großen Batterie. Dieser Akku ermöglicht eine elektrische Reichweite von über 145 kmh nach WLTP-Verbrauchsnorm. Kombiniert mit beiden Antriebsarten, also dem Strom aus der Batterie und dem Sprit aus dem Tank, sind es dann 830 km Reichweite. Und damit qualifiziert sich der Whey Coffee Zero One auch als idealer Firmenwagen zum Beispiel für den Langstreckenfahrer. Im Gegensatz zu anderen Plug-In-Hybriden bietet der Whey Coffee Zero One auch die Möglichkeit, dass er am Schnelllader über den CCS-Anschluss geladen werden kann. Bis zu 50 kW Ladeleistungen sind hier möglich. Das bedeutet, in 53 Minuten ist der Akku wieder auf 80% seiner Speicherkapazität gefüllt. An der heimischen Wallbox oder der Ladesäule im urbanen Raum kann Wechselstrom mit einer Leistung von bis zu 11 kW geladen werden. Auch hier am Heck zeigt er ein eigenständiges und schickes Design. Interessantes Detail ist zum Beispiel die dritte Bremsleuchte hier oben im Dachspoiler. Die nimmt in ihrer Form und Anordnung das Markenlogo wieder auf. Das gleiche gilt auch für die Einlagen hier in den LED-Rückleuchten. Blicken wir dem Auto in den Gepäckraum hinein. Da sehen wir eine Ladekante mit Edelstahlauflage. Die sorgt dafür, dass hier beim Ein- und Ausladen von Gepäck da nichts zerkratzt. Auch die Seitenverkleidungen sind mit Teppich ausgeschlagen. Auch das wirkt hochwertig und ist kratzunempfindlich. Verzurösen, die auch wirklich fest sind, helfen dabei, Ladung hier sicher zu arretieren. Außerdem gibt es Haken, um Einkaufstaschen zum Beispiel aufzuhängen. Sehr praktisches Detail sind diese Griffe hier in der Verkleidung. Damit lassen sich die Lehnen der Rücksitze geteilt nach vorne umlegen. Wenn man also sperrige Ladung hat, kann man einfach hier ziehen und dann direkt durchladen. Das machen wir jetzt nicht, sondern ich klappe die Lehnen der Rücksitze wieder nach oben. Wir starten zur Sitzprobe im Auto. 2,91 Meter beträgt der Radstand des Coffee Zero One. Das ist ein großes Auto, wo auch ein großer Mensch wie ich mit meiner 1,92 Meter Körpergröße hier sehr bequem hinten sitzen kann. Ich habe den Fahrersitz auf meine große Größe eingestellt. Und es gibt immer noch enorm viel Beinraum. Auch passen die Füße gut unter den ganz nach unten gestellten vorderen Sitz. Und man sitzt angenehm auf der Bank. Denn die Höhe der Bank im Verhältnis zum Innenboden ist so gewählt, dass man mit nicht zu stark angewinkelten Beinen hier sitzen muss. Die Sitze selber sind sehr bequem. Die beiden Außenplätze auch leicht ausgeformt für schönen Seitenhalt. Wenn kein fünfter Passagier an Bord ist, kann man die Mittelarmlehne nach unten klappen und dann auch zwei Getränke hier abstellen. Wir sehen hier in der höheren Ausstattungslinie eine Alcantara-Ausstattung. Way nutzt dieses edle Material der italienischen Firma für die Innenausstattung. In der Mittelkonsole haben wir Lüftungsausströmer, wo man sich dann die Richtung des Luftstroms so aussuchen kann, wie man es gerne hätte. Außerdem haben wir einen USB- und USB-C-Anschluss. Während die Geräte laden, können Sie dann hier in diesen Ablagen stecken oder an den Netzen an den Rückseiten der Vordersitzlinien. Wenn kleine Kinder mitfahren, dann am besten auf einem Kindersitz mit Isofix-Verankerungen. Und die Isofix-Bügel sind sehr gut erreichbar hinter Klappen. Dann macht man hier also nicht das schöne Material kaputt und kann hier auch ganz einfach den Sitz ein- und ausbauen. Blicken wir noch in die Türverkleidung. Da sehen wir integrierte Sonnenschutz-Rollos, auch ein schönes Detail und eine gute Farbzusammenstellung hier im Ausstellungsfahrzeug mit diesen Violett- und Beige-Tönen. Dann ist hier auch das Alcantara-Material gesteppt. In der Türverkleidung eine metallene Abdeckung des Infinity-Sound-Systems. Und man sieht, wenn man genau hinschaut, jetzt im ausgeleuchteten Kamerabild, dass die Ambientebeleuchtung blinkt, sobald die Tür offen ist. Das ist auch eines der vielen Sicherheitsfeatures im Auto. Denn damit wird dann bei einem Öffnen der Tür zum Beispiel nachts der nachfolgende Verkehr gewarnt. Weiter geht's nach vorne auf den Fahrersitz. Die elektrische Sitzverstellung ist in beiden Ausstattungslinien serienmäßig. Premium und Luxury heißen die übrigens. Übrigens im Luxury-Modell kommt noch eine Memory-Funktion für den Fahrersitz dazu, Sitzventilation vorne und auch die Alcantara-Innenausstattung. Sehr gut finde ich die manuell ausziehbare Oberschenkelauflage. Das gibt noch mal mehr Komfort auf langen Strecken. Der Fußraum ist schön groß und das Lenkrad auch ausreichend in der Höhe und in der Weite einstellbar. Ganz modern präsentiert sich hier die Cockpit-Landschaft mit vielen Displays. Dazu gehören ein 7,5 Zoll großes Head-Up-Display, was seine Informationen direkt auf die Windhutscheibe spiegelt. Hinter dem Zweispeichen-Lenkrad blickt der Fahrer auf ein 9,2 Zoll großes Display, wo alle fahrrelevanten Informationen der Assistenzsysteme und auch des Füllstands von Batterie und Tank sowie die Geschwindigkeit zusammengefasst sind. Die Assistenzsysteme werden nachher von mir nochmal gesondert erläutert. Dann sehen wir hier auf der Mittelkonsole ein 14,5 Zoll großes Infotainment-Display als Touchscreen, wo man dann eben hier verschiedene Apps ansteuern kann, das Smartphone verbinden kann und natürlich dann hier auch Informationen zum Ladezustand und zur Reichweite des Fahrzeugs aufrufen kann. Außerdem gibt es noch ein weiteres Display mit 9 Zoll in der Diagonale und das steuert die Funktionen der Klimaautomatik. Da sehen wir dann also hier abgebildet den Innenraum. Ich kann dann hier die Temperatur verändern zum Beispiel, aber eben auch dann hier ins Sitzmenü wechseln und dann Sitzheizung und Sitzventilation jeweils dreistufig ansteuern. Unter dem Display sehen wir den kleinen Knubbel zur Bedienung des 9-Gang-Doppelkupplungsgetriebes. Das sorgt für die Kraftverteilung des Plug-in-Hybrid-Antriebs und ist dann hier auch griffgünstig platziert. Außerdem haben wir hier ein großes Ablagefach für zwei Getränke. Also zwei Getränkehalter sind hier drin und unter der freischwebenden Mittelkonsole ist ein weiteres großes Fach. Da kann man dann auch große Smartphones induktiv laden und hier sehen wir auch einen USB- und einen USB-C-Anschluss. In Sachen Fahrassistenz ist der Away Coffee Zero One auf allerhöchstem Niveau. Er hat einen LiDAR-Sensor an der Frontschürze, das heißt, damit kann er ganz weit nach vorne blicken. Außerdem insgesamt zwölf Ultraschallwellen und Radarsensoren sowie fünf Kameras, auch zur Erkennung eines abgelenkten oder müden Fahrers. Autonomes Fahren nach Level 2 Plus ist zum Marktstart möglich. Außerdem gibt es einen Parkassistenten, der dann auch automatisiert wieder zurückfahren kann. Und die hohe Assistenzausstattung in Verbindung mit der Hardware, also der Karosseriesteifigkeit, sorgt auch dafür, dass der Away Coffee Zero One fünf Sterne und eine insgesamt extrem hohe Punktzahl beim Euro NCAP Crash Test erreichen konnte. Kommen wir nochmal von den Fahrassistenten, die man ja hoffentlich weniger oft braucht, zu Einstellmöglichkeiten, die man häufiger benutzt. Wir können dann hier über das Display im Fahrmodusmenü dann hier eben verschiedene Modi einstellen. Das heißt, ich kann zum Beispiel den EV-Modus einstellen mit der Reichweite, die ich ja erwähnte, von über 145 Kilometer, sollte es möglich sein, bis zu 90 Prozent der Alltagsfahrten rein elektrisch zurückzulegen. Dann kann man eben den Normalmodus, wo dann die Software selber steuert, was sie dann am besten für den jeweiligen Fahrzustand empfindet, dann einstellen. Und ich habe auch die Möglichkeit, den Akku während der Fahrt zu laden. Wann macht sowas Sinn, wenn man zum Beispiel ein Ziel im Visier hat, wo man hinfahren will, wo man dann lokal emissionsfrei zum Beispiel in eine Innenstadt einfahren muss. Außerdem kann man dann hier noch einen Sportmodus einstellen. Und dann haben wir über den Allradantrieb natürlich auch noch verschiedene Möglichkeiten, das Drehmoment und die Antriebssteuerung so zu konfigurieren, dass man auf Schnee, Matsch und Sand dann eben die besten Möglichkeiten hat. Außerdem kann man hier die Rekooperation von Energie in drei verschiedenen Stufen einstellen. Das heißt, in der stärksten Stufe wird dann der Elektroantrieb als Generatorfunktion noch mal verstärkt. Und dann muss man also weniger stark bremsen. Das eignet sich natürlich vor allem beim Fahren im Stadt- oder auch im Stop-and-Go-Verkehr beim Pendeln. Die Messe hier in Paris ist übrigens nicht nur die Bühne für die Europa-Premiere des Coffee Zero One, sondern auch der Startschuss für den Verkauf des Fahrzeugs. Die Kunden in Deutschland können über eine spezielle App, die MyWay-App, das Auto jetzt konfigurieren und bestellen. Für den Vertrieb hat sich Way übrigens mit den erfahrenen Leuten der E-Mail-Freigruppe zusammengetan. Die werden zusammen mit dem Hersteller ein Netz von 60 Service- und Vertriebsstandorten in Deutschland aufbauen. Der Flagship-Store, das Brand Experience Center, ist dann übrigens in Berlin am Kurfürstendamm 12 beheimatet. Außerdem sind Pop-up-Stores geplant, also wird die Marke dann für eine kurze Zeit in Städte und Regionen kommen und den Menschen dann die Möglichkeit geben, die Autos anzusehen und Probe zu fahren. Kommen wir doch mal zur Preis- und Angebotsstruktur. Es gibt den Way Coffee Zero One in zwei verschiedenen Ausstattungslinien. Die Antriebstechnik des Plug-in-Hybriden ist stets die gleiche. Das Grundmodell heißt Premium und der Name zeigt auch schon den Anspruch des Modells und der Marke. Die Ausstattung ist schon komplett mit 21 Zoll Leichmetallfelgen. Das Head-Up-Display ist dabei, eine Zwei-Zonen-Klimaautomatik und schwarze Stoffsitze. So kostet der Coffee Zero One ab 55.900 Euro. Darüber gibt es dann für die noch gehobeneren Ansprüche die Luxury-Variante für 59.900 Euro. Da sind dann noch weitere Extras dabei, die Alcantara-Ausstattung, die wir ja gesehen haben. Außerdem kann ich dann unter zweifarbigen Interieur-Varianten wählen. Und beim Luxury-Modell sind dann auch optional die Laser-Fernlicht-Scheinwerfer zu haben. Das sieht man dann hier an diesen blauen Einlagen im Scheinwerfergehäuse. Los geht's also mit Way bei uns, mit dem Way Coffee Zero One. Aber das ist noch nicht alles. Es wird natürlich eine ganze Markenfamilie entstehen und das zweite Mitglied, das steht hier hinten am weitläufigen Messestand. Und auf das Auto werfen wir jetzt auch noch einen Blick. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist der Away Coffee Zero Two, der etwas kleinere Bruder des Coffee Zero One und ein Auto, das bestimmt auch viele Privatkunden, viele Familien vor allem dann interessieren wird. In Sachen Antriebstechnologie steckt auch der kaum zurück. Es wird den Coffee Zero Two in zwei Varianten geben. Einmal als Plug-in-Hybrid mit dem Verbrenner und einem Elektromotor für Vorderradantrieb. Außerdem eine Variante, die dann mit einem zweiten Elektromotor dann Hinterradantrieb bietet und auch hier bis zu 325 kW maximale Systemleistung möglich macht. Das Auto ist 4,69 Meter lang, also ein bisschen kompakter geschnitten als der Coffee Zero One. Auch die Batterie ist etwas kleiner, aber immer noch im Wettbewerbsumfeld extrem großzügig bemessen. 34 kWh ist die Speicherkapazität des Akkus hier im Auto und damit lässt sich dann je nach Version eine elektrische Reichweite von 145 km erzielen. Also auch hier kann man dann größtenteils elektrisch im Alltag unterwegs sein. Auch hier im Dachspoiler sehen wir die aufrecht stehende dritte Bremsleuchte als Wiederaufgriff der Form des Logos von der Frontmaske. Im Gepäckraum des Coffee Zero Two eine genauso hohe Verarbeitungs- und Materialgüte mit den Teppichauskleidungen auch an den Seiten, dass da also nichts verkratzt. Und unter dem doppelten Ladeboden gibt es auch hier zusätzlichen Stauraum. Außerdem kann man auch hier viel davor gespannt die Lehnen der Rücksitzbank geteilt nach vorne umklappen. 2,75 Meter misst der Radstand des Coffee Zero Two, also ein bisschen kürzer als beim größeren Modell. Trotzdem kann ich als großer Mensch, mal wieder ist der Fahrersitz auf meine Größe eingestellt, hier auch nicht über zu wenig Bein- und Fußfreiheit klagen. Auch hier ist die Bank bequem gepolstert und ausgeformt. Eine Mittelarmlehne mit integrierten Becherhaltern gibt es und dann blicken wir eben auch hier mal auf die Familienfreundlichkeit. Die Isofix-Bügel sind auch hier hinter Kappen versteckt, also Klappen sind es beim größeren Bruder und hier sind es Kappen. Lüftungsausströmer in der Mittelkonsole sorgen dafür, dass ich auch hier dann genügend Frischluft bekomme. Und auch hier gibt es die Möglichkeit, Geräte mit Strom zu versorgen per USB oder USB-C-Anschluss. In der Türverkleidung auch hier eine angenehme Steppung des Materials mit Kontrastnähten. Außerdem haben wir dann hier auch die Metallabdeckung der Lautsprecher des Infinity Soundsystems. Auf dem Fahrerplatz des Coffee Zero Two sitze ich sehr bequem. Auch hier sind die Sitze schön groß, bieten eine angenehme Abstützung und ich habe hier auch einen geräumigen Fuß- und Beinraum. Die Displaylandschaft kennen wir vom größeren Modell, also auch hier alles auf topmodernem Niveau. Wir haben das Fahrerinformationsdisplay hinter dem Lenkrad, es gibt ein Head-Up-Display und das große Infotainment-Display, sowie das Display hier mit Hotscreen-Funktion zur Einstellung der Klimafunktionen. Auch die Bedienung und die Funktionalität dieses Infotainment-Systems ist natürlich dann das gleiche wie in dem größeren Bruder. Also gehen wir mal hier auf den Power Assistant zum Beispiel und sehen dann hier auch Angaben zur Reichweite. Im Moment haben wir 90 Prozent State of Charge, also Ladezustand in dem Akku und eine Reichweite von 121 Kilometern, die die Software berechnet. Die Mittelkonsole schwebt auch hier frei, darunter gibt es ein großes Ablagefach und diese Form des Armaturenbretts hier hat nicht nur schöne Materialqualität, sondern ich kann hier auch ganz gut die Hand ablegen, um dann den Touchscreen zu bedienen. Zum Beispiel dann hier auch mein Lademanagement des Akkus und so weiter einstellen. Im ersten Halbjahr 2023 wird der Away Coffee Zero Two auf den Markt kommen. Die Preise für diese Baureihe sind aktuell noch nicht bekannt. Los geht's, wie gesagt, mit dem großen Bruder, mit dem Away Coffee Zero One. Ich hoffe, euch hat diese Vorstellung der beiden Autos gezeigt. Es gab Informationen zum Start der Marke, zu den Preisen und zum Vertriebskonzept. Vielen Dank fürs Zusehen bei diesem Video hier von der Paris Motor Show, der Mondial de Lotto aus Paris. Und bis zum nächsten Mal bei Autonotizen. Tschüss.